Die Teach for Austria Woche ist eine großartige Möglichkeit für Führungskräfte, einmal selbst zu erleben, es kennenzulernen, wie das ist, wenn man vor einer so diversen Klasse steht. Vielleicht auch ein bisschen zu reflektieren, was ist der Unterschied oder was sind die Parallelen zwischen einer Führungskraft und einer Lehrkraft. Seit meinem Start als FEDO 2018 habe ich bei der Teach for Austria Woche viermal mitgemacht. Dabei haben Führungskräfte aus verschiedenen Branchen Schulstunden für meine Klasse vorbereitet und gehalten. Was mich immer begeistert hat, war, dass die Teach for Austria Woche eine Brücke zwischen den Welten baut, der Schule einerseits und der Wirtschaft andererseits. Dadurch erhalten sowohl die Führungskräfte als auch die Kinder und Jugendlichen spannende Einblicke in die Welt des anderen. Es freut mich, besonders sehr zu beobachten, wie stolz die Kinder sind, wenn sie gesehen werden. Besuch von einer wichtigen Person im Klassenzimmer vermittelt ihnen, dass sie wichtig sind und dass sie gehört werden. Ob die Top-Manager einen Vortrag über Finanzen auf Englisch halten oder einen Workshop über Robotik machen, die Kinder sind immer voller Motivation. Und für die Führungskräfte ist es auch ein einzigartiges Erlebnis, weil sie von den Kindern immer überrascht, beeindruckt werden und sie lernen auch viel von den Kindern. Ich habe jedes Jahr bei der Teach for Austria Woche mitgemacht, weil es Verständnis zwischen zwei Welten fördert und vor allem auch, weil es den Kindern vermittelt, dass sie im Leben alles erreichen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017